Musik Heyho Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda Ja, die letzten Folgen sind ja angeblich ganz gut angekommen, wie ich gesehen habe Und ja, ich will noch ein paar Kommentare zitieren, denn ich gehe auf Kommentare ein Nicht so, wie es viele mir vorhalten, dass ich es nicht tue Ähm, viele von euch haben ja gesagt, wenn die Charaktere reden, soll ich öfter mal einfach mal die Klappe halten Freundlich gesagt, ne, liebe Freunde Ähm, ja, ihr habt damit kein Problem, wenn ich einfach mal 10 Minuten nichts labere, wenn die im Hintergrund labern Ähm, ihr wollt quasi, dass diese Welt doch ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht als ich Weil das ein storytechnisch sehr intensives Spiel ist Äh, ich will mich noch euch richten und einfach mal dem nachgeben und Mal den Charakteren, wenn sie reden, den Vorzug lassen und nicht drüber labern Das fandet ihr ganz wichtig So, das wollte ich noch anmerken, bevor wir hier weitermachen Und ja, ähm, wir starten zurück ins Spiel Ach ja, wir waren ja in dieser Volumenös und besandten Höhle, ist das richtig? Dann, waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können Ja, vor 600 Jahren Aber dann Wer weiß Ein totes Tier Gefangen in einer Art Falle Und es ist noch nicht lange her Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja Sind sie zu niemandem nett Oder sie sind am Verhungern Was, brauchen sie einfach nur was zu essen? Das kann ja möglicherweise sein Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist Gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation Er hat überlebt Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Das hört mir jetzt wirklich gerade jetzt erst auf Hier drinnen blügt alles und es ist schön wie ein Dschungel Und da draußen ist alles karg und zerstört Hat das was mit unseren Aggressiven Freunden zu tun? Ich hab keine Ahnung Es ist natürlich möglich, dass durch dieses Ich will es mal sagen, sehr starkes Blitzgewitter, dass da draußen alles entstanden wird Weil die ganzen Blitze und so weiter und der ganze elektrische Wirbelsturm, der da im Himmel tobt Das ist nicht natürlich, das brauchst du mir nicht erzählen Das ist irgendwas künstlicher Schaffendes Bin ich mir ziemlich sicher Und ich glaube hier wirklich gerade, ich weiß, ich glaube hier gerade sehr viel querfel dahin Ich könnte einfach mal straight away zum nächsten Ziel gehen, aber nein Warum? Wir wollen doch die Welt entdecken Das ist doch wichtig, das gehört zum Spiel Und deswegen werde ich nicht von A nach B laufen und die ganzen leckeren Zwischenpunkte hier einfach liegen lassen Nein, die werden alle schön mit erkundet Wenn sie wichtig und relevant sind Am Anfang ist alles richtig und relevant Merkt euch das Was fliegt denn da oben schon wieder? Hier fliegen wirklich Steinbrocken Aber mich würde gerade interessieren Das sind lose Steinbrocken, die rumfliegen Die ganze Berge fliegen Wieso fliegen wir nicht? Müssten wir nicht auch fliegen, weil wir sind auch nicht am Boden verankert Weil wenn so ein ganz riesiger Steinklotz fliegt Warum da nicht wir? Wieso geben wir nicht ab? Das ist irgendwas sehr Abstraktes, was hier vor sich geht Okay, wir werden einfach mal weitergehen Ich könnte natürlich auch auf die Karte gucken Ich will mich einfach mal erstmal so zurechtfinden Denn ich finde einfach, dass das auch Aua, nein, nicht blitzen Wir spinnen einfach mal durch Ich habe keinen Bock vom Blitz getroffen zu werden Was ist das hier alles? Ne, der war ein Wursch War ich wieder gerade zurück? Ne, ne, ne Da sind ziemlich viele von diesen Vorrichtungen Kann das sein? Hat das wirklich was damit zu tun? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite bringen Hat das Gefühl, ne? Kann das sein? Ja Eine gute Methode, um sich den Hals zu brechen Eine gute Methode, um sich den Hals zu brechen Das ist der ganze Planet hier Das ist ein einziger Halsbrecher Zum Müll Boah, der war Hatten wir mich wirklich gerade getroffen? Ernsthaft? Wir könnten da rein Ich muss nicht in jede Hülle Da sah ich noch, wir wollen alles abgrasen Okay Wir müssen da hin Okay, alles klar Kriegen wir ihn Aber es ist auf jeden Fall Wasser hier vorhanden Wasser ist Leben, wenn er mich vorhanden Jemand Korra, wir hören sie Sie leben Wir reparieren gerade das Shuttle Aber wir sind umzingelt Die sind nicht freundlich Wir sind unterwegs Der Nachtpunkt ist parkiert Okay, wir müssen auf jeden Fall Korra retten Okay Was ist denn auch mit dem Paarfeinde? Was ist mit unserem Vater? Ist der okay? Aua Ich bin nach oben Ich bin nach oben Hi Leute Ich helfe dir, keine Sorge Achso, ich meine Ich bin schon dabei Komm Ich kann es wie mal Hi 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 Habe ich eigentlich einen Nahkampfangriff? Das habe ich mir noch nicht herausgefunden Habe ich einen Nahkampfangriff? Boah, geil Nice Das ist ein Stufenaufstieg, sehr geil Es gibt ein Level-System Was? Die Kavalerie war also noch rechtzeitig hier Schön, Sie zu sehen Gleichfalls, Harry Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück Sie sind gerade rechtzeitig gekommen Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften Während wir das Shuttle reparieren Hat das so toll mir gerade erklärt, dass ich Kräfte einsetzen kann? Beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition Decken Sie sich ein Gute Idee Haben Sie die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich Sie haben einfach das Feuer eröffnet Wie war es bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein Ah Uh Das ist eine Shotgun, ne? Katana ist eine Shotgun, ne? Bin ich wieder richtig in Erinnerung? Leider haben Sie nicht mitgespielt Ranger-Stürmgewehr Wo ist die Katana? Gesperrt, 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 gesperrt Wieso? Gibt es hier wirklich so ein Level-System, dass ich die Waffenklassen erst freischalten muss? Das ist ja richtig unnütze Wenn ich fragte Mh, 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 Kampffitness und so weiter Ja, ist okay Okay, wir bleiben mal bei der Ebene Muss ich denn jetzt wirklich freischalten? Warte mal Warte mal, das muss ich jetzt nachgucken Inventar Wir haben die doch Wir haben die doch Schrotflinten Hier, die Die haben wir doch Kann ich die irgendwie zuweisen? Ja, ich kann die Ich kann die zerlegen Nein, ich will die nicht zerlegen Nein Ich will die zuweisen Ich kann sie drehen und mir angucken Geil Kann ich sie denn auch zuweisen? Mh Ich kann sie sich nur zerlegen Aber wie kann ich sie denn zuweisen? Warum kann ich die denn nicht zuweisen? Die zwei habe ich Das habe ich auch Warum kann ich die denn nicht zuweisen? Muss ich da irgendwie was skillen dafür? Oh, scheiße Warte mal kurz Das müssen wir jetzt gucken Fähigkeiten Hier sind wir Biotik-Technik-Kampf Wie wenn wir mal Größtenteil auf Kampf Habe ich denn hier Irgendwas auch zum Verbessern? Hier, Kampf Ähm Blablabla Pistolen Schrotflinten Muss ich da Muss ich da was leveln Damit ich die Schrotflinten verwenden kann? Ich weiß es nicht Wir haben auf jeden Fall Punkte zu vergeben Da war doch vorher was Irgendwas Was aufgeploppt ist Ähm Objektlimit 13 von 100 Schrotflinten Pistolensturmgefährle Rang 1 Schrotflinten Erhöht Erhöht Schrotflintenschaden Blablabla Ich kann die doch einfach Ohne das verwenden Oder nicht? Wir haben doch auch Die anderen nicht geskillt Warum kann ich die Schrotflinten nicht verwenden? Das geht mir gerade nicht ein Da bin ich auch einfach zu dumm Das kann natürlich auch sein Das ist natürlich auch immer Was ist das denn? Achso das ist das Inventar Achso Also wenn ich mich hier ein bisschen gerade zu lange im Inventar Was ist das denn? Oh Ich will mich hier gerade ziemlich lange im Inventar aufhalten Das ist wichtig Leute Nein das ist wichtig Wo waren das jetzt nochmal? Hallo Wie verschachtelt ist das Inventar? Kanal Logbuch Codex Inventar Hier sind wir Nein das sind wir nicht Alien Nein das ist es auch nicht Speziell Hallo Wo ist die Wo ist die Kacke? Nicht verfügbar Spielkarte Ich gehe einfach nochmal raus Und nochmal rein So Bei Inventar ist das wirklich drin Okay Aber warum kann ich die Schrotflinte hier nicht wählen? Also ich kann sie wählen Aber ich kann sie nicht zuweisen Warum kann ich die nicht zuweisen? Ich verstehe das nicht Weil die zwei sind nicht zugewiesen Die Schrotflinte nicht Halfter Könnte ich rein theoretisch Äh Brandmonition haben wir hier Aber ich kann das andere Zeug Freigeschaltet durch Kampf Äh Fitness 3 Zusatzhalst Arson Aber kann ich nicht einfach eine Waffe auswechseln? Geht das nicht? In Deckung Schnell Was? Was? Ähm Okay wir kriegen gerade Stress Alles klar ihr wollt Stress Ihr kriegt Stress Komm runter Sollen sie es doch versuchen Ich hab Bock drauf Komm her Also das ist mein Duty Alles klar Tja Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt Tja selbst schuld Wir sollten vielleicht ein bisschen ab und zu mal auf unser Leben achten Ah Achtung Da kommt noch ein Shuttle Wollen sie doch Ich schätze wir haben ihre Aufmerksamkeit geregt Das will ich gerne Oh so mach ich nachkampf Geil Schön mehr Die können sich irgendwie haben Die verarschen mich doch Okay Ich achte mal ein bisschen mehr auf mein Leben Alles klar Ich bin hier Ich geh mal in Deckung und regeneriere Ja alle da Alter der Schild Zack Es sind zu viele Ne ne das geht schon Gehen Sie einfach weiter Wir schaffen das schon Mit den Schultern Seiferns Fliegenfeld Akzeptieren Sie Seiferns Geil Das Kampf ist dem Bock Ja mal mega Ähm der ist schon tot Das reicht Liam Ich weiß Aber Sie haben Kirkland getötet Wut ist gut Nein Eigentlich ist Wut nicht gut Beruhigen Sie sich einfach Ich verstehe Sie ja Aber bleiben Sie ruhig Jetzt geht's mir besser Was ist mit den anderen Ach der Dolly Fischer wurde verwundet Und Kree ist verschwunden Unser Shuttle wurde zerstört Leute Sie ist verletzt Ähm Enteckung 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 Durchheißen Sie ist Biotikerin Warum sagt ihr uns das nicht Das wollte ich wissen Keine Sorge Es ist nicht ansteckend Vor dem Angriff konnte ich Das ist nicht ansteckend Unser Kommsystem reparieren Das rettet uns das Leben Ruhen Sie sich jetzt aus Sam bist du da? Hof for Carling eingerichtet Bestätige Ryder Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen Oh Ein Glück dass es dir gut geht Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora Wir haben Verletzte Die gute Nachricht ist Unser Shuttle ist repariert Wir können zurück zu Archen Nicht bei diesem Sturm Der Flug wäre zu riskant Wir müssen das Risiko eingehen Ähm Ja die Verletzten brauchen auf jeden Fall Hilfe Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm Also lösen wir das Problem Wir reden hier über das Wetter Ja und ich habe eine Idee Komm zu meinen Koordinaten Dann Verdammt sie haben mich gesehen Sir? Sir! Kommen sie beide allein klar? Ich kann sie stabilisieren Kurzfristig Gehen wir Viel Spaß euch beiden alleine So Cara Wir müssen uns entscheiden Und unseren Vater retten Okay ich habe Schiss Warum habe ich bei BioWare immer Angst Dass es zu schickter stehen kommt Ich markiere den Nachspunkt auf Ihrer Karte Da lang Sieht aus als wäre es in der Nähe Vereilen wir uns Wir sind da lang Wir sind mit Kria Wenn er noch nicht aufgetaucht ist Können wir nichts machen Der Pathfinder ist alles was zählt Alter Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht mir über diesen Turm herauszufinden Nun laut Nachpunkt ist er dort ganz in der Nähe Seien sie vorsichtig Die Sturmfront wird bereits intensiver Ja 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 ist okay Kann ich noch nicht einsetzen ne? Schön dass du wieder da bist Sam Wie wäre es beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Die guten Nachrichten werden wahrscheinlich noch länger auf sich warten lassen So wie ich die BioWare kenne So aber dann wollen wir mal Oh ja Deswegen müssen wir uns jetzt auch einfach schruten Ich könnte übrigens ein Counter in den Kommentaren errichten Wie oft ich wirklich Daneben springe Wir haben nicht viel Zeit Er steckt Fallschaden Wenn wir uns nah an dieser Wand halten Sind wir vielleicht vor ihnen sicher Ich darf einfach durch Das geht auch Das ist immer meine Devise Einfach durchrennen Und da ist er Vater ich bin wieder da Ist das eigentlich die Wittermaschine oder? Was bewachen die da? Dafür wurde ich ausgebildet Danke Überrascht dich das? Überrascht dich das? Nein aber was jemand wirklich drauf hat Zeigt sich erst wenn alles schief läuft So wie bei dieser Mission Sir sie sagten sie hätten eine Idee wegen des Wetters Die Energiewolke die die Hyperion gerammt hat Beeinflusst den ganzen Planeten Und stört das dort Der Turm hängt in einer Feedback schleife mit der Wolke Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie Das passt zu einer Höhle die wir entdeckt haben Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt Klingt logisch Und ich denke wenn wir da reinkommen Und den Turm abschalten können Verschwinden die Blitze Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg Theoretisch Wir müssen nur an denen vorbei Das an denen vorbei Das ist gerade mein Problem Ja mal los Riskant aber was bleibt uns übrig Wir müssen da rein und es versuchen Machen sie sich keine Illusionen Uns erwartet ein harter Kampf Wenn die Riders bereit sind bin ich's auch Die Riders sind bereit Was heißt wir oder die Die natürlich Leider sind wir in der Unterzahl Da kann ich helfen Wir ändern einfach die Zahlen Was? Hast du einen Plan? Oh ja er hat einen Plan Ach daddy Finde ich gut Okay dann würde ich sagen Einfach mal durchdurchgezogen Oder wie Ich bin direkt Chef Lade Kampfprofil Da kommen sie Jetzt haben wir die Aufmerksamkeit Vorsicht vor den Blitzen Ich bin Nahkämpfer Los in das Gebäude da Hier draußen kommen wir nicht weiter Das ist wohl wahr Wo will der hin? Alter der rusht er hier richtig durch Das ist voll mein Typ Voll mein Vater Ja schön Hallo Kannst du mal warten Was ist so für eine Ausdauer bitte? Hallo Ich bin auch nicht weit lang Okay Können sie die anderen drüben Okay Bam Schau Ich bin schon drin Das ist doch mal Geil Angeber Geil Das ist voll mein Typ Mein Vater Das ist eine schöne Vorbildfunktion Da lebt ja noch jemand Und schau Ich liebe diesen Sturmangrafen Ich liebe ihn Das ist so schön Das Gameplay von Masterchef Na Trommel Der ist wirklich Einer der größten Stärken Die dieses Spiel Oh Gott Auf dem Tisch liegt Greer Sie haben ihn getötet Sam Gib mir das Technikerprofil Komm nicht drauf Ja der jetzt Feuchtig sind Sniper Komm doch raus Aus deiner dreckigen Deckung Kann er nicht anvisieren Oh shit Oh scheiße Nein was Nein ich bin tot Was Was ist denn gerade passiert Wie Erfolg war Natürlich Was war das denn eben Was hatte der für eine Klare Dass der unser Leben Gerade so richtig Schnell weggeretzt hat Scheiße Okay Ich sehe Wir sind kein Paarfall Wir müssen auch Wir müssen uns vorsehen Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus Halten Sie mir den Rücken frei Wir haben ihn gehört Wir haben es geschafft Wir würden sehr gerne den Rücken frei halten Das ist noch nicht vorbei Ich muss durch die Tür da drüben Und schau Okay Wir haben mit dem heftigen Bummel Den müssen wir wirklich Als erstes ausschalten Der macht uns Schaden Bis zum Gelingen Hallo Mein Freund Ich mag diese N7 Rüstung Die ist doch stylisch Ich muss die Sprache entschlüsseln Den Schlüssel machen Mein Freund Wie sieht der Plan jetzt aus Die haben uns gleich umzingelt Wir müssen beide Seiten verteidigen Sonst fallen sie uns in die Flanke Wo sollen wir uns positionieren Du machst hier deinen Job Und du hier Nicht da drauf Dahinter In Deckung Alter Du stehst ja auch drauf Dahinter in Deckung Ach man Du bist ein Dulli Mann Okay Ach ich muss Ich muss dir an Verstanden Ich weiß wie das System funktioniert Alles klar Du gehst hierher Was das jetzt ist Ich sehe Bewegung Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen Das schaffen wir nochmal Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns Ich werde gerade erst warm Die meinen es ernst Analysieren mögliche Eingaben 25% entschlüsselt Beeilig Die Zeit wird knapp Beine an die gerade wirklich mit Granaten Irgendwie sind sie Typen Halten Sie beide Seiten Sie dürfen nicht durchkommen Das kriegen wir hin Wenn der mal vorkommt Dass ich ballern kann Was ist das hier überhaupt für ein Ort Keine Ahnung Also 50% entschlüsselt Dieser Tag ist ungewöhnlich komplex Das sehe ich selbst Versuch's mit einer Rekursivsuche Ich brauche einen Moment Um die Struktur auszuwerten Dann los Uns läuft die Zeit davon Das ist übrigens die beste Deckung Die man sich wünschen kann Schau Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen Wir haben es fast geschafft Mach hinne hier Nur noch ein bisschen länger Sie ziehen sich zurück Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff Bleiben Sie wachsam Wahrscheinlich Ja hallo wir bleiben beim gleichen Plan Von hier und hier Geschafft Es ist ein Sicherheitsoverride Ich versuche die Tür von hier aus zu öffnen Verdammt Sie klemmt Ich muss mir das ansehen Aber Lass dich zu dir in der nächsten Folge an Fuck wie schnell die Zeit in diesem Spiel vergeht Wir sind bei 23 Minuten Überzeit Scheiße Okay Leute ich beende diese Folge ziemlich schnell Denn ich will weiterspielen Die Spannung ist hier echt Okay Ist doch so gut wie im Tutorial Wenn man das Delay des Spiels im Kompletten nimmt Aber Das nimmt schon ziemlich schnell Fahrt auf Und das Gameplay Das bockt so extrem So Die Folge wird wahrscheinlich über 25 Minuten lang Was viel zu lang ist meiner Meinung nach Aber egal Ich beende es hier schnell Lass auf jeden Fall eine klitzende Bewertung da Und auch ein netzes kleines Kommentar Das würde mich auf jeden Fall mega freuen Äh Real sich tschau Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Bis zur nächsten Folge von Mars Effect und Dromedar Tschau Leute Das wird nicht unsere Heimat Ich bin dazu bestimmt Das Unbekannte zu erforschen Wir sind diese Kerle Besucher Wie wir Schaffen Sie sie ins Shuttle Gut gemacht Ich habe Zugang Zeigt keine Gnade Genitert sie Und ich bin eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017